Berlin in den 60er Jahren. Der Maler Kurt Barnard flieht in den Westen der Stadt und beginnt ein Kunststudium. Mit dem, was er in der DDR schafft, ist er nicht zufrieden. Doch der Weg zur eigenen künstlerischen Identität ist steinig. Werk ohne Autor ist inspiriert von der Biografie des deutschen Maler-Superstars Gerhard Richter. Regie führt Oscar-Preisträger Florian Henkel von Donnersmark. Die Idee, dass es Zeiten gegeben hat, die ich nicht erlebt habe, das hat mich immer beschäftigt. Und ich wollte immer die Spezifika wissen und wollte immer wissen, wie das gestaltet war. Deshalb habe ich gewissermaßen mein ganzes Leben da Recherche getrieben für diesen Film. Professor Seband ist der Schwiegervater des jungen Künstlers. Er hegt von Anfang an eine tiefe Abneigung gegen Kurt. Der Mediziner hat indes selbst eine dunkle Vergangenheit. In der NS-Zeit war er an Euthanasie-Verbrechen beteiligt. Auch wenn Sebastian Koch schon viele Bösewichte gespielt hat, die Rolle des Professors war für ihn eine Herausforderung. Erdmasse, die ich unseren Nachkommen wünsche. Wir sind wirklich tagelang zusammengesessen und haben einfach untersucht, wie man so eine Kälte, so einen absoluten Machtwillen zeigen kann, wie man das darstellen kann. Über drei Stunden lang erzählt der Regisseur sein Werk ohne Autor. Der Streifen geht als deutscher Kandidat für den Auslands-Oskar 1-Rennen.